hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial von ittweak heute möchte ich Ihnen zeigen wie sie übergänge von verschiedenen videos machen wir nutzen dafür wieder davinci resolve in der version 16 und starten einmal mit den beiden videos die wir uns hier vorbereitet haben und wir möchten jetzt zwischen diesem clip hier und diesem clip ein übergangseffekt einfügen hier auf der linken seite finden sie etliche verschiedene übergänge aber nicht jeder ist wirklich gut und sieht gut aus hier gilt einfach mal ein bisschen rumprobieren erstmal angucken was in frage kommt für ihr video und wenn sie dann den gewünschten effekt ausgewählt haben können sie diesen im prinzip einfach nur mit der maus anwählen und hier auf das video draufklicken da gibt es drei verschiedene möglichkeiten zum einen am anfang des zweiten clips am ende des ersten clips und zwischen beiden clips wenn sie dann die maustaste loslassen wird dieser übergang platziert diesen können sie in der länge noch etwas verändern wenn sie vor oder dahinter mit dem maus an das weiße ende fahren anklicken und etwas nach rechts oder nach links ziehen wie dieser clip entweder länger überblendet oder dementsprechend kürzer überblendet eine vorschau ist das noch etwas hakelig aber wenn es danach final gerendert ist dann sieht das dementsprechend auch besser aus dann haben sie noch die möglichkeit mit der rechten maustaste auf den überblendeffekt zu klicken und die positionierung noch mal an andere positionen zu setzen hier zum beispiel start und edit oder mit center und edit das zwischen die beiden clips zu setzen den effekt auszuschneiden zu kopieren zu löschen oder mit create transition preset können wir einen eigenen effekt erstellen wenn sie den dementsprechend immer so verwenden möchten wie sehen jetzt hier haben einfach draufklicken einen eigenen namen eingeben und den effekt dann in der bibliothek abspeichern eine besonderheit gibt es noch wenn wir jetzt dieses cross dissolve effekt einmal auf diesen letzten clip hier ziehen den habe ich nachträglich noch eingefügt dann können wir nicht mit der maus auf die mitte zwischen den beiden clips gehen ich weiß nicht ganz genau warum es so ist jedenfalls wenn man einen cut macht in dem video dann lassen sich die sachen auch in die mitte oder an anfang oder ende platzieren bei videos die nachträglich noch zu dem eigentlichen video hinzugefügt wurden funktioniert das leider nicht wenn sie das wissen dann schreiben sie gerne in die kommentare und ich werde das ganze dann noch mal hier aufnehmen damit sind wir am ende angelangt wenn ihnen die anleitung gefallen oder geholfen hat dann einmal den daumen nach oben anklicken sie können ittweak auch unterstützen indem sie den kanal hier einfach abonnieren suchen sie auch gerne die internetseite ittweak.de dort finden sie weitere anleitungen aus dem gesamten bereich ich bedanke mich fürs zusehen bleiben sie gesund und bis zum nächsten video